Hallo! Hi, na! Du-du-du-du! Nein! Oh, wie soll ich das? Oh! Domi, du machst Videos daraus und schneidest das alles aus deiner Sicht dann quasi zusammen. Genau. Okay. Das Spielprinzip. Ist es jedem bewusst? Nö. Ich habe nur das Story gemacht. Aber ich glaube, es ist witzig, wenn ich nicht weiß, was ich mache. Das wäre aber doch von Vorteil. So ein bisschen zumindest. Also, es gibt bei diesem Spiel einen Nachbarn und nur der Nachbar weiß, dass er Nachbar ist. Und das Ziel des Nachbarn ist es, alle Kinder zu futtern. Am besten natürlich so, dass die Kinder nicht wissen, dass dieser Spieler der Nachbar ist. Die Kinder wiederum müssen versuchen, drei Schlüssel zu finden und dadurch in den Keller des Nachbarns zu kommen. Keller klingt immer sicher. Genau. Ich muss jetzt ehrlich sagen, das Spiel klingt sehr brutal und nicht für kleine Kinder was. Also es ist gruselig, wenn auf einmal der Nachbar in deinem Gesicht steht. Oder wenn du dich umdrehst und da steht er, weil der sieht ein bisschen gruselig aus. Das könnt ihr auch unten links bei Charakter wählen sehen. Haben es alle verstanden? Wie das Spiel funktioniert. Ja. Das hat so ein bisschen Death by Daylight bei sich, ne? Ähnlich, ja. Ich will Herr Maurus so ein bisschen, ja. Die wollen alle dich tot sind, Herr Maurus. Rache wegen Pirates. Oh, nee. Ich habe eine Frage. Ist es schlau, wenn vier Kinder Camper sind? Eigentlich nicht. Wir werden es ja sehen. Einfach mal los. Na, egal. Hallo, hallo, hallo. Hör ihr mich? Ja, wenn wir hören, ich einmal das Spiel starten. Ja. Herr Maurus, was fehlt es noch? Äh, nee, scheiß. Ach, Mann. Ach, diese Scheiße. Und bitte nicht sagen, wer Nachbar ist. Geil, wie wirklich alle Camper sind. Und ich bin Detektiv. Auch schön. Oha. Oh, hallo, na? Ich weiß, war ihm die Anwursen. Oh, grüß Gott, Leute. Hallo. Wir können uns auch abwerfen. Man kann auch einen Namen ja gar nicht sehen. Ja, habe ich ausgemacht. Aua, ey. Ja, ich habe deinen Taschenlammer geklaut. Ey, was ist das noch geändert? Oh Gott. Ganz kurz, wer ist das hier? OBS ist kacke. Ähm, keine Ahnung. Ich kann gar keinen Namen sehen. Das habe ich ausgemacht. Dass der Nachbar sich irgendwie verkleiden kann oder so. Deswegen ist jetzt richtig gut, dass alle Kämpfer sind. Ich weiß nicht, wer hier was ist. Ich bin der Detektiv. Hallo. Wer da? Wer da? Ich weiß nicht, wer da ist. Das ist mega dumm. Wer da? Warte, ich habe den Nachbarn. Ich habe den Nachbarn. Ich weiß, wer der Nachbar ist. Okay. Ich weiß, wer der Nachbar ist. Ja, okay. Letzten. Oh Gott, wo läuft der hin? Es ist jetzt schon so gut. Hier müssen dann die Schlüssel am Ende hin. Also man findet halt im Haus irgendwelche Schlüssel. Ja. Und dann müsste die halt hier irgendwo rein. Irgendeiner ist es weg. Entweder der Maurus oder der Chimp. Aua. Ja, einen haben wir verloren. Einen haben wir verloren. Hallo, kommt er wieder. Ich glaube, der Maurus ist weg. Hat er, hallo. Ich habe einen Kürbis noch immer einen Kürbis. Ja, den nehme ich und werfe ich damit ab. Oh Gott, aua. Ich will selber beworfen. Ja, danke. Ja. Ja. Ich habe irgendeinen abgeworfen. Trennen wir uns jetzt, ja? Wie in so einer Richtigkeit. Wir können gerne zusammenbleiben, wer immer du jetzt bist. Hallo, ich bin Chimp. Achso, okay. Hallo, ich bin der Maurus. Ja, hallo. Hallo, ihr habt den Maurus? Wo seid ihr? Wir sind hier oben. Hier, nein, andere Richtung. Weißt du? Hier, nein. Geh da raus. Ja, hier, hi. Ich bin der Domi. Ja, ich bin der Domi. Ja, achso, hi. Hi, na? Ja, ja. Da werfen wir welche. Oh Gott. Wieso beschmeißen sich gerade alle? Da sind wir ja. Oder kann man nicht mit Stühlen sogar die Tür versperren? War das nicht so? Irgendwie so, ja. Ah, warte. Meine Taschenlampe gesehen? Meine Taschenlampe habe ich leider nicht gesehen, Maurus. Inwie habe ich Angst, dass du ein Nachbar bist, ne? Ja, man muss immer dafür Angst haben, dass du mein Nachbar bist. Ja, aber ich vertraue dir mal. Aber ich bitte, ich möchte mich nicht schon wieder als erstes sterben. Ja, ich traue mich selber auch ein bisschen. Aber das Problem ist, kann ich dir vertrauen? Hast du eine Heizenschlüsselkarte oder einen Schlüssel oder so? Ich habe gar nichts. Oh Gott. Oh Gott. Ben? Wo? Ben? Wo sind die? Keine Ahnung. Ist das du? Ja, ich bin der Einzige. Ben? Ich glaube, der ist schon tot. Lächerlich, wenn jetzt schon jemand tot wäre. Achso, ich habe gerade Ben gehört. Hallo? Wer bist du? Hi. Ach, du bist Ben? Okay. Du hast gerade geschrien. Warum? Wo ist der Kipp? Ja, weil ich mich erschrocken habe. Da kam oben jemand. Sag mal, hast du irgendwie zwei andere noch gesehen oder sind die anderen beiden schon tot? Ich sehe hier nur einen. Ich habe Herrn Maurus noch gehört. Und der ist einfach weggelaufen und was so weit. Ja, das ist das Bischöss. Maurus, du musst die Karten finden, ne? Was sind Karten? Die Schlüssel müsst ihr finden und Schlüsselkarten für Türen. Maurus, warum weißt du nichts von irgendwelchen Karten? Hallo? Nö. Hallo? Nö. Ich fände es voll cool, wenn man Namen sehen könnte. Soll ich mir jetzt merken, wenn wir was gemacht haben? Ja, wir sollten echt am nächsten Mal die Namen einschalten. Ja, tut mir leid, Leute. Alles gut. Was war das? Was war das? Das war ich. Ich bin gerade eingebrochen. Hallo. Das war doch weh. Ah, danke für, warum er das Licht angemacht hat. Hallo? Oh nein. Wenn du mich jetzt angreifst. Ne, ne, sowas mache ich nicht. Okay, na dann. Hallo? Na? Du hast da so einen Helm auf dem Kopf. So einen Helm auf dem Kopf vorhin. So einen Topf auf dem Kopf. Ja, zur Sicherheit. Ah, okay. Weißt du, wie man solche Karten finden kann? Beziehungsweise wo es sowas gibt? Ne, eigentlich immer hier irgendwie so ein Schränken oder so. Oh, da ist sogar Geld. Und da auch. Okay. Die Karten müssen eigentlich immer irgendwo rumliegen. Ich habe ja wie gesagt zwei Einerkarten. Ach, du hast sogar welche? Ja, perfekt. Ja, aber das bringt ja nichts. Wir brauchen ja die Schlüssel. Ja, stimmt. Aber vielleicht sind die ja... Die Karte muss in die Tür. Welche Nummer steht dann drauf? Ich habe zwei Einerkarten, glaube ich. Aber die sind doch gleich am Anfang waren noch Türen. Oder da? Kannst du hier hochsteigen? Warte, ich habe hier oben. Oh, die kriege jetzt gleich den Schlüssel. Und jetzt können wir es öffnen. Oh. 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 Hier ist auch noch eine Einzige. Habe ich jetzt an oder ausgemacht? Ah, okay. Das ist ja unglaublich. Hallo. Okay, jetzt sind wir einfach wieder im Hauptraum. Da sind wir reingekommen. Vor allem, fällt euch auch auf, dass irgendwie zwei Leute fehlen? Äh, nö. Jetzt schon. Okay. Ach, jetzt sind sie auch auf, ja? Wie kriegt man raus, dass die fehlen? Kann man das irgendwo sehen? Naja, also die sind halt nicht mehr... Ich höre sie halt nicht mal mehr beim Voice-Shot oder so. Man hört ja manchmal so ein bisschen leises Ding. Oh Gott, bitte. Ja, weil das einer von den beiden nicht Nachbar ist und ich dachte, ich esse den anderen mal kurz auf. Ich habe meine Taschen am Bauch verloren vor einer halben Stunde. Willst du meine haben? Da. Die Taschen. Dankeschön. Kein Problem. Hier kriegst du meine auch noch, oder? Dankeschön, jetzt. Oh Gott, nein. Ich bin daneben. Ja. Nein, auch daneben, verdammt. Ich trau dir nicht, das weißt du, oder? Wen meinst du mit nicht trauen? Jeden. Jeden, okay. Ja, das verstehe ich. Jeden, wer ist weg? Nein, mein Karton. Nein, ich... Jetzt habe ich... Ja. Ja, mach es echt aus, ist eine gute Idee. Ja. Oh, 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 Captain, Champ, 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 da ist der Nachbar. Oh, okay. Nein, 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 Hilfe, abwerfen, abwerfen, ab, bitte, werfen, ab, bitte, werfen, ab, bitte. Ja. 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 Ach so, du hast schon alle weggefuttert. Glaube, du bist tot. Willkommen bei den Toten. Nein. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe einen Schlüssel gefunden. Der Ghost hat schon alle weggelutscht. Ihr seid auch schon tot, ne? Er hat aber so einen Killer-Klauen plötzlich vor mir. Ich glaube, das wird interessant für meine Zuschauer. Da, 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 da. Das ist aber wirklich lustig, das ist mega lustig, macht richtig Spaß. Ja, ihr, ihr immer so, da war was, wer war das, da ist irgendwas. Ich habe einfach nichts gesagt. Ey, aber die Karlen sind ja fortschwer zu finden, ey. Ja. Wir suchen Schlüssel, ja, wir haben keinen einzigen gefunden, deswegen soll er das auch runterstehen. Ach so. Es geht nur leider nicht tief. Da musst du die Tür unten aufmachen. Ich kann es schon frei und sechs einstellen. Ja, weil Spielernamen finde ich wichtig, weil ganz zu Beginn stand irgendjemand von euch gefühlt 20 Sekunden einfach nur da. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt vielleicht der Nachbar, der gerade nachdenkt. Ja, von mir aus können wir nochmal starten. Also, die Musik macht es echt spannend, muss ich sagen. Wenn man alleine ist, ey, das ist echt mies. Oh, da bin ich ja schon wieder der Nachbar geworden. Okay, schnell töten. Ach so, jetzt seid ihr, okay, jetzt haben wir zwei Nachbarn, oh Gott. Ja. Aber ich hätte eine andere Map einstellen sollen. Naja. Sind wir nicht alle Nachbarn? Ja, die von uns im Innern. Und da ist es zum Beispiel, ne? Nur der Nachbar kann das aktivieren, das kann ich jetzt zum Beispiel nicht. Warte, ich mach mal. Aua. Ah, jetzt, jetzt. Ah, jetzt. Ruhe. Also, jetzt hab ich, gut. Eure Taschenlampe in die Phrase. Ähm, sollen wir Karten suchen? Können wir machen. Leuch, Hebel ziehen. Oh. Ähm. Was ist passiert? Ich glaube, das Ding ist gerade zugegangen. Die Tür. Oder? Oh, ja. Ich hab Ben getötet, ne? Tut mir leid, euch das sagen zu mir. Warte mal, warte mal. Warte mal ganz kurz, wie konnte die Tür dann zugehen? Ja, hier, durch den Hebel, glaube ich, hinter dir. Ja, ja, aber den kann ja nur der Nachbar betätigen, dachte ich. Mit der Uhr kann der Nachbar das betätigen. Aber anscheinend können wir das jetzt mit dem Hebel auch machen. Okay, dann haben wir den, äh, Ghost ist übrigens Nachbar. Schon wieder? Ja, richtig. Oh, verdammt daneben. Ja, guter, guter Wurf. Danke. Aua. Ja, ja, guter Wurf. Hallo, hallo. Hier muss man hören. Hallo, hallo. Ja, man hört dich ganz kurz, weil man wird kurz stehen. Kann ich dich boxen? Du hast es doch eben geöffnet. Wenn du hier hoch bist, erst dann, dass du die Sachen einsammeln kannst. Ich glaube, dann kannst du den Nachbar hauen, wenn du gefangen genommen wurdest. Ja, alles, Römi. Oh, hallo. Was ist der von mir? Ich hab das Gefühl, der will ich gleich umbringen. Nein, es ist nicht. Was ist das für dich? Hey, lol. Ja, da bin ich auch schon eingelaufen in sowas. Das hat mich langsamer gemacht. Oh Gott. Ah, mein Auge. Oh Gott, irgendjemand hat das Licht ausgemacht. Herr Maurus, oh Gott, Hilfe. Irgendwie vertraue ich dem Jungen gerade nicht. Hallo. Ja, ist dein Problem. Ich vertraue dir gerade nicht. Grüß Gott. Oh. Oh, ist der Käpt'n auch noch hier? Ich hab Angst, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Das Gefühl, Herr Maurus will kurz mal... Aua. Respektschelle, äh, Ampel. Oh nein. Aua. Ben ist gerade irgendwie schon wieder weg. Wer war bei Ben? Keine Ahnung. Ben war, glaube ich, von Anfang an weg. Ich lebe noch, Leute. Ah, okay. Oh, okay. Ben ist Nachbar. Ja, ja. Da hat sich gerade jemand geportet. Warte, da drin ist jemand. Maurus ist es. Hallo. Na? Hallo, ich bin mir... Na? Aua, der Falsche. Oh Gott. Nein. Ich hab dich. Ich hab dich gerettet. Ich hab dich gerettet. Lauf weg, ich hab ihn. Lauf weg. Lauf weg. Wer seid ihr. Käpt'n. Käpt'n. Lauf weg. Ich hab mir was ins Gesicht geworfen. Ja, ich mich auch. Lauf weg. Nein. Ja, ich hab ihn. Oh nein. Oh nein, ich hab Tommy geworfen. Oh Gott. Ich hab nichts mehr zu werfen. Nein. Tommy. Wo bin ich? Oh, hier bin ich. Er hat sich gedreht. Lauf weg, 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 weg. Steine weg. Oh Gott. Oh Gott. Er hat sich geportet. Ja, der ist da grad durch Bücherregal-Dings gegangen. Oh Gott, Hilfe. Was ist das, ein gruseliges Spiel, ey. Ey Leute, das ist wirklich das Lustige, das war nur Fake, ich bin der Wahre. Ach so, du bist der Echte? Ja, direkt der Karton ausgepackt, weißt du. Wenn wir wissen, dass er hier ist, sollten wir dann einfach hier chillen und quatschen? Eigentlich nicht. Wir müssen halt die Schlüssel finden. Lass alle zusammenbleiben einfach. Ne, das fände ich aber auch blöd, wenn wir zu viert rumlaufen. Da hat der Nachbar ja keine Chance. Ja, ist richtig. Keine Ahnung, ich muss erst mal ne Karte finden. Okay, Champ, ich komm mit dir mit. Hier ist, der Krähe zeigt den Schlüssel. Die Frage ist, wie wir da hinkommen. Bist du noch da? Hallo? Champ? Ich bin hier, ich suche alles ab. Ich such grad dich. Ich hab dich, glaub ich, verloren. Ach, da bist du. Nein, das ist Brenner. Ich hab einen Ghost verloren. Also, wenn ein Ghost gleich tot ist. Dann ist er wohl ein Ghost. Ja, Leute, ich bin grad an der Maus vorbeigelaufen. Das war grad ein bisschen beschreckt. Okay. Na dann. Ja, ich hör dich, aber ich seh euch alle nicht. Ach, da. Oh mein Gott. Oh nein, Maurus ist hier. Ich hab ihn grad gehört. Ach, das ist Ben? Wo ist Maurus? Ach so, hä? Jetzt bin ich verwirrt. Nee. Vielleicht unter uns. Über uns hat sich was bewegt. Don't do it. Don't. Ghost, Ghost. Wir können helfen. Wo bist du denn? Lebe ich wirklich. Ja, gleich tot. Ja, deswegen möchte ich dir helfen. Hey, wie läuft's denn du? Wie meinst du? Ja, du bist schnell gelaufen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mit Steuerung. Mit Steuerung kann man noch schneller laufen. Oh Gott. Der kommt. Der kommt. Nein, wir haben uns aufgeteilt. Nein. Nein. Leute. Leute. Hilfe. Leute. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich geh die Treppe hoch. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ey, sind wir noch hinter mir. Oh, ich bin runter gesprungen. Wo seid ihr? Ach da. Da ist er. Der ist grad. Da oben ist er, glaub ich. Läuft da rum. Okay, es ist echt ein Horrorspiel. Ich hab noch fünf Steine mit mir. So. Wir müssen auch mal ein bisschen Brot und mit. Wir müssen diese blöden Karten suchen, Leute. Stimmt. Nein, wir müssen Schlüssel suchen. Die Karten hab ich ausgemacht. Wir brauchen nur die Schlüssel. Um die Schlüssel aufzumachen. Oh, hier ist nix. Ey, Leute. Der Maus ist. Oh, der Maus ist direkt vor meiner Nase. Der ist einfach. Der ist einfach bei uns. Leute. Ben. Oh Gott. Ich hab ihn. Oh nein. Leute, ihr habt mich in der Tasche runter geschossen. Haut ab. Geht schnell weg. Ich bin unter euch. Ich weiß nicht, wo ich wie werde. Lebt ihr noch? Geht's euch gut? Ja, ja, ja. Okay, okay. Oh Gott. Ich renne jetzt hier runter. Ja, gute Idee. Oh, ne Taschenlampe. Cool. Oh, er ist hinter mir. Oh Mann. Wo bist du? Ich weiß nicht. Er geht zu euch. Er geht zu euch. Hallo Ghost. Tommy, wir sind doch bei dir. Ja, okay. Ich hab ihn. Ich seh ihn nicht. Ich kann ihn sehen. Hast du das? Okay. Oh Gott. Er versucht mich anzugreifen. Leute, Hilfe. Komm. Hey, ich hole euch. Oh, ich hab daneben geworfen. Hey, ich hole euch. Oh, ich hab daneben geworfen. Hey, ich hole euch. Oh, ich hab getroffen. Richtig guter Schuss. Wo ist er? Hä, wo ist er? Ich seh ihn nicht. Hä? Ist er rekt? Wo ist er oben drauf? Wieso könnt ihr ihn immer nicht sehen? Ich seh ihn die ganze Zeit. Ich glaub, der kann sogar ohnmächtig werden und sich zurückporten in seinen Secret Room, wenn wir ihn nun 5000 Mal abgeschossen haben. Nein, ah? Wir müssen die Schlüsse finden. Ja. Darf ich mal bitte da durch? Da unten ist so eine Krähe, aber ich find den Traum nicht. Glaube ich. Hey, du vertraust euch, dass es Herr Maurus ist? Bist du dir da sicher? Eigentlich schon, ja. Wieso soll es nicht Herr Maurus sein? Seid ihr euch wirklich sicher? Nicht, dass es gleich immer anderes ist. Oh Gott, hast du mich erschraut. Ach so, hi. Na ja. Da wird schon jemand gewesen sein. Leute, guck dir nicht in die Schlieger. Oh Gott, bitte nicht! Nein! Nein! Wir können ihn nicht helfen! Wir können nicht helfen! Wir können nicht helfen! Nein! Jam! Er hat sich befreit! Er hat sich befreit! Ja, versuch um ihn wegzulaufen! Kann er nicht die Tür aufmachen? Doch, eigentlich durch die Uhr, aber finde ich gut, wenn er es nicht kapiert hat. Wo ist jetzt die Krähe? Da ist sie. Oh, hi! Hast du das echt überlebt? Wie hast du das überlebt? Leute, hallo? Wo seid ihr denn? Ich glaube, ein Schlüssel wurde schon gefunden. Dann suche ich den nächsten. Ich bringe den mal ganz vorsichtig zurück. Ja, mir wird bestimmt nichts passieren auf dem Weg zurück. Ach so, da! Hi! Hu hu! Hä? Maures ist hier. Wo? Maures ist hier irgendwo. Ja, ich habe ihn auch gerade gehört. Ja, ist Ben nicht mit dir gelaufen? Ich habe Schlüssel, ich würde gerne zurückbringen. Ach so, hier ist Ben. Ja, dann komm mit uns. Wo ist ein Maures jetzt denn? Hallo! Wer bist du? Ich sehe deinen Namen nicht. Hallo? Ach so, du bist Cem. Okay. Irgendwas ist mir passiert, aber ich weiß nicht was. Ich habe dich abgeworfen. Ben! Ben! Wo bist du? Ben! Ben! Ich glaube, der wurde gefuttert. Wo bist du? Domi? Ja. Ich bin zurückgelaufen. Ja, bin ich. Ist die da? Die ist schon da? Ach so, da ist die Krähe. Hä? Ne, hä? Wo ist denn? Da ist eine Münze. Oh! Okay, ein Schloss wurde aufgemacht. Nein, Ghost, wo bist du? Ja, beim Tür aufmachen wollte ich. Ja, okay ich komme. Ich komme. Ich versuche zu finden, wo ich... Ah! Der ist weggekommen! Hululululululululululululululululululululululululululululululululul! Raus hier! Aua! Geht's euch gut? Wo seid ihr? Oh, hallo! Na? Da hast du wieder einen Topf auf dem Kopf, finde ich gut. Oh, hallo! Hi, na? RAN! Ich sollte vielleicht nicht mehr so viel Spaß machen. Ist er immer noch da? Hallo? Hab ich ihn verloren? Hat er mich verloren? Hallo? Okay. Hallo? Hallo? Ich bin schneller als du! Ich bin schneller als du! Leute! Leute, Hilfe! Nein, ich bin in der Milch gefangen! Ja, Maurus ist hinter mir! Ja, irgendwo... Ich höre dich... Ah, hi! Genau da ist er! Pass auf! Pass auf! Ja, ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab dich gerettet! Ja, 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 ja! Sag, wenn du gefangen genommen bist, weil dann versuche ich dich zu retten! Aber ich seh dich jetzt nicht mehr! Wo bist du hin? Ich hab dich! Achso! Ich bin draußen! Okay, ja, ich hab's... Ich glaub, ich hab deine Flucht ein bisschen gesehen! Hey, Maurus! Ja, nicht draußen! Ja, okay, ich komm, ich komm, ich komm! Ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir! Ah, hi! Ich hüpfe durchs Fenster rein! Ich hüpfe! Ich hab daneben geworfen! Ich hab ihn geworfen! Ho, 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 ho! 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 Uuh. Wex! Lex! Hey! �ду! Check, hey! Nein! 망hist ricke, hey! Hey! Ja, da oben! Da oben ist die Krähe. Das ist der, also ist der in diesem Raum hier drin oder nicht? Eigentlich schon, ja. Krähe zeigt den Schlüssel. Jetzt ist, jetzt... Hä? Hört das woanders? Wow, servus. Ne, du mal nicht hier. Ne, Domi, ich hab da... Ah, hi, na? Hab ihn getroffen. Immer diese Reaktion dazu. Ja, Domi, ich rück den Post, ne? Ich komm hinterher! Nein, doch nicht. Veräppelt. Ich komm wieder hin. Huuu! Boah, ich hab... Oh Gott. Ich bin bei der Haupttür. Bei, beim... Bei... Oh gut. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Wo seid ihr? Ja, du bist draußen. Ja. Na, 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 na. Okay. Willkommen da rein, hallo. Ich? Achso, ja, ich bin der echte. Ausfriedensbruch, was soll denn das hier? Oh, ich bin schon wieder eingefangen. Ja, wir haben, glaube ich, verloren gleich, wenn's so weitergeht. Ja. Ja. Wenn wir keinen Schlüssel finden, ja. Die Krähe wird nur angezeigt, wenn nicht unten. Bin, wenn ich jetzt hier oben bin, seh sie nicht mehr. Oh. Ich seh sie aber auch überhaupt. Denkst du, Ben ist schon weg? Könnte sein, dass der schon tot ist. Ich hab ihn lange nicht mehr gehört. Leider, leider haben wir verloren, aber... Hm. Oh. Ja. Schade. Ja, das war einfach... Die Schlüsse sind so hart zu finden, ey. Das ist unglaublich. Ja. Ich bin schon viel rumgelaufen, aber ich komm ab irgendeinem Punkt dann immer nicht mehr weiter hoch. Ah, echt schade. Ja. Hätt man, glaube ich, gewinnt können. Aber ich hab einen nicht verstanden. Konnte der sich teleportieren? Ja, hab ich auch nicht verstanden. Ja, ich kann mich teleportieren. Hast du eigentlich im Bart gemacht? Was hast du ganz am Anfang im Bart gemacht? Hast du dich gesehen? Ah, ich hab halt nur diese Effekte gesehen.